Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Seven Wonders Architects vor. Seven Wonders Architects ist ein Spiel vom Autor Antoine Boussard mit Illustrationen von Etienne Hebinger. Es ist für zwei bis sieben Spieler ab acht Jahren, dauert circa 25 Minuten und ist bei Repos und Asmodee erschienen. Jeder Spieler hat ein Weltwunder vor sich ausliegen, welches er erbauen will. Dazu hat jeder ein individuelles Kartendeck, welches offen zwischen sich und den linken Nachbarn gelegt wird. In der Mitte liegt ein gemeinsamer, verdeckter Stapel sowie Konfliktmarker und Fortschrittsmarker. Die Spieler sind reihum abwechselnd am Zug. Ist man dran, so muss man eine verfügbare Karte nehmen. Verfügbar sind für jeden die offenen Karten der Stapel zur linken und zur rechten sowie die verdeckte des gemeinsamen Stapels. Durch die Karten sammelt man hauptsächlich Ressourcen. Sobald man genug zusammen hat, um den untersten Bauabschnitt seines Weltwunders zu bauen, muss man sie ausgeben, um dies zu tun. Neben Punkten bringt dies je nach Weltwunder auch Einmal- oder Dauereffekte. Durch blaue Karten mit Katze erhält man einen Katzenmarker. Dieser erlaubt es einem vor seinem Zug die oberste Karte des gemeinsamen Stapels anzusehen. Grüne Karten sammelt man in Sets verschiedener oder gleicher Symbole, um Fortschrittsmarker zu erhalten, die einem in der Regel Dauereffekte einbringen. Rote Karten mit Horn sorgen für das Umdrehen eines Konfliktmarkers. Sobald alle Konfliktmarker umgedreht sind, kommt es zum Kampf, bei dem die Kampfsymbole der roten Karten von allen Nachbarn verglichen werden. Der Sieger erhält einen Militärsiegmarker. Dann müssen alle roten Karten mit Horn abgegeben werden. Sobald ein Spieler sein Weltwunder fertig gebaut hat, endet das Spiel am Ende seines Zuges. Der Spieler, der dann die meisten Punkte auf Karten und im Weltwunder und eventuell durch Fortschrittsmarker gesammelt hat, gewinnt Seven Wonders Architects. Seven Wonders Architects gefällt mir richtig gut, weil es sehr, sehr einfach zu erlernende Regeln hat. Trotzdem sind die Entscheidungen, die man trifft, nicht unbedingt trivial. Also man hat ja immer drei Karten zur Auswahl. Eine davon kennt man nicht, außer man hat hier diese wunderbare Katze sich ergattert. Dann darf man die angucken. Das heißt, da sind wirklich, ist auch für Leute, die an Spielen herangeführt werden neu, ist es in einem absolut machbaren Rahmen. Und trotzdem hat man hier irgendwie viel Spieltiefe und es spielt sich flott. Und man kann sich so ein bisschen individualisieren dadurch, je nachdem, welches Weltwunder man baut, beziehungsweise hier welche von diesen besonderen Spezialfähigkeiten man sich im Laufe des Spiels erarbeitet. Und das gefällt mir richtig gut. Und auch die einzelnen Weltwunder, wenn man da bestimmte Bauabschnitte hat, kriegt man so Boni. Und die sind bei jedem anders und dadurch sind aber auch, weil manche ein bisschen stärker sind als andere, dafür bringen die einzelnen Bauteile dann weniger Punkte und bei den anderen mehr, sodass alle so leicht unterschiedlich sind, aber nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt bei einem, boah, also das, was du kannst, ist ja voll krass, sondern die sind alle sehr ausgeglichen. Trotzdem macht es eben Spaß, alle mal auszuprobieren und hat dadurch auch immer so ein bisschen Abwechslung. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, also bei Seven Wonders, oder Seven Wonders selbst, also das Originalspiel praktisch, ist ja deswegen so gut, weil es eigentlich keine Downtime gibt. Dadurch, dass wir draften und alle gleichzeitig was machen. Und hier, wenn man das zu siebt spielt, gibt es eben schon die Downtime, weil es ist immer nur einer dran. Dieser eine, der nimmt zwar nur eine Karte und das geht an sich auch schnell, aber dann kriegt er vielleicht hier noch so ein, von diesen Bonusplätzchen oder er dreht noch was um. Und bis die sechs anderen das gemacht haben, das dauert schon ein bisschen. Also natürlich kein Vergleich zu Expertenspielen, aber für so ein einfaches Familienspiel ist es eben schon eine relativ lange Downtime. Und vor allem ist eigentlich für einen selber nur interessant, was macht er rechts und links neben mir? Nimmt er nämlich einer von denen hier von Kartenstapeln, sodass sich für mich etwas ändert? Oder hat einer zum Beispiel sich im Militär verstärkt, sodass das jetzt für mich eine Gefahr wird, wenn das Militär ausgelöst wird? Also das interessiert mich dann schon, aber eben nur rechts und links. Und was die anderen vier Mitspieler, wenn man zu siebt spielt, dann noch machen, das interessiert mich nur ganz gering. Nämlich, wenn einer von denen sein letztes Bauteil baut, dann endet das Spiel ja sofort. Also das interessiert mich dann nur in dem Sinne, dass ich gucke, könnte diese Runde vielleicht einer Schluss machen und ich komme gar nicht mehr dran. Und das ist so das Einzige, dass ich sage, hier ist es weniger gut in Vollbesetzung als jetzt der große Bruder, nenne ich es mal. Das ist ja ein Wunder selbst. Aber ansonsten finde ich, das ist wirklich flott gespielt, leichter Lernen und ein ganz tolles auch Einstiegsspiel, was eben auch mal für große Runden geht. Das ist ja schon selten. Dann muss man sich halt darauf einstellen, dass man immer mal kurz warten muss, bis man wieder dran kommt. Aber funktionieren tut es auf jeden Fall und ansonsten gefällt es mir auch richtig, richtig gut. Ja, dann sage ich euch Tschüss und bis zum nächsten Mal.